guten morgen alle folgendes hier ungefähr sind diese komischen fußspuren in meinem boden und lange zeit habe ich jetzt gerätselt was man da machen müsste ich habe gerade eben in carlet probiert da war es zu machen tatsächlich gegen das ich habe diese fußspuren es sind tatsächlich kriegsaschen so ich hoffe das ist natürlich nicht perfekt da war die kriegsasche stampfer fäger also immer wenn er diese fußspuren findet greift die mal an so also hier ist eine von der ich gerade weiß so haus vulkan die habe ich gerade habe ich mich vertan die habe ich gerade gemacht ihr geht dann hier aus der gnade raus und könnt dann ja hier lang latschen und hier ungefähr hier ungefähr ist ja dann diese andere goldene spur so und dann einmal hier hin also ich weiß gerade nur von drei stück die werde ich jetzt einfach mal kurz abgrasen bis auf die eine eventuell sind das ja speziellere aschen ich habe mich lange gefragt was das sein soll hatte die vermutung dass wenn schon eine asche ist aber ich wusste nicht wie ich die angreifen jetzt habe ich halt auch quasi die waffe dazu und kann das dann mal einfach holen so ein bisschen bitter so laufen wir mal einfach hier raus theoretisch auch hier gucken dass ich richtig lang war da ist ja wie ich gesagt habe so mal gucken wo die lange flitzt da kommt ach die baller da unten lang jetzt kommt die hier lang ok geht die dort lang jetzt aber sehr gut dafür vergiften kriegsasche nice ok wenn ihr wieder meine finden solltet sagt gerne bescheid ich denke die kriegsasche ist wirklich gut kann man ja mal eben schauen das muss ja eine von den untersten hier sein wo ist sie ok gerade leider zu blöde zu finden ist ja aber auch erstmal egal wenn ihr davon mehr findet sagt gerne bescheid haut das mal in die kommentare rein und dann sehen wir uns hoffentlich bald in einem neuen video haut rein